Geistlich wachsen von Simon J. Robinson Kapitel 1 Das Wachstumsgehen Die Aufregung von Heiligabend hatte sich letztendlich gelegt. Am nächsten Morgen, nachdem meine Schwester und ich ausgeschlafen hatten, schlichen wir uns die Treppe hinunter, um mit unseren neuen Geschenken zu spielen. Ein paar Stunden später gab es unser traditionelles Weihnachtsessen mit Puter und Backkartoffeln und als Nachtisch Weihnachtskuchen. Kaum hatten wir den letzten Bissen heruntergeschluckt, als unsere Mutter mit der Nachricht herausrückte. Heute Nachmittag werden wir eure Tante besuchen. Wir sahen uns entsetzt an und fragten unglaubwürdig Heute Nachmittag? Es ist doch Weihnachten und wir möchten mit unseren neuen Sachen spielen. Da meine Mutter mich schon auf unsere Gegenwehr eingestellt hatte, sagte sie nur verständnisvoll lächelnd Das weiß ich doch, aber eure Tante möchte euch eure Geschenke übergeben. Diese kurze Aussage veränderte alles. Wir konnten es kaum erwarten, loszufahren. Meine Tante begrüßte uns mit ihrer üblichen Begeisterung. Wie schön euch zu sehen, lasst euch doch einmal näher betrachten. Wir wussten schon, was als nächstes passieren würde. Sie würde uns von oben bis unten taxieren, uns mit einer erdrückenden Umarmung fast ersticken, um uns dann kopfschüttelnd zu sagen, wie groß wir geworden seien. Ich kann es gar nicht glauben, wie sehr ihr gewachsen seid, seit unserem letzten Zusammensein. Nach Beendigung des Besuchs zwängten wir uns wieder ins Auto und auf dem kurzen Nachhauseweg drehten sich meine Gedanken darum, weshalb meine Tante wohl behauptete, dass ich so viel gewachsen wäre. Ich fand, dass ich nicht viel größer aussah als gestern. Und abgesehen davon, was ist daran eigentlich so verwunderlich? Wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, wird mir natürlich bewusst, dass diese Bemerkung einfach nur bedeutete, Es ist Zeit verstrichen und die Natur nimmt ihren Lauf. Wäre ich im Wachstum stehen geblieben, hätte das meine Tante sehr beunruhigt. Sie können sich wahrscheinlich an ähnliche Situationen erinnern. Aber lassen Sie uns das Ganze einmal von einem anderen Blickpunkt aus betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit einem alten Freund oder einer Freundin, die Ihnen eine große Hilfe am Anfang Ihres Christenseins waren. Da Sie sich für eine längere Zeit nicht gesehen haben, erzählen Sie über Ihre Arbeit, Ihre Gemeinde, Ihre Familie und informieren sich über alle versäumten Nachrichten Ihres Freundes. Würde dieser Zeichen geistlichen Wachstums bei Ihnen erkennen können oder gäbe es keinen Unterschied zu Ihrem letzten Treffen? Sollten Sie als Christ geistlich nicht gewachsen sein, wäre das ein Grund zu großer Beunruhigung. So, wie körperliches Wachstum in unseren frühen Jahren ganz normal ist, gehört geistliches Wachstum als wesentlicher Bestandteil unseres Christenlebens dazu. Und im Unterschied zum körperlichen Wachstum hört das Geistliche ab einem bestimmten Alter nicht auf, sondern es setzt sich fort, bis wir in den Himmel kommen. Geistliches Wachstum ist keine Option im christlichen Leben. Es ist eine Notwendigkeit. Das Peter-Pahn-Problem Als Kind war Peter Pan meine Lieblingsgeschichte. Es handelt von einem Jungen, der niemals erwachsen wurde. Eine Vorstellung, die ich ganz verlockend fand. Im Laufe der Zeit wurde mir bewusst, dass es sich um eine Traumwelt handelte. Und ob es mir gefiel oder nicht, ich musste meine neuen Verantwortlichkeiten akzeptieren und meine Kindheitsfreuden hinter mir lassen. Dieser normale Vorgang ist in den Gemeinden nicht immer zu erkennen. Tatsächlich ist es so, dass es viele solcher Peter-Pahn-Menschen gibt, die in ihrer Beziehung zu Christus nie gewachsen sind. Aus diesem Grund habe ich dieses Buch geschrieben. Wenn man vorhat, über geistliches Wachstum nachzudenken, ist es wichtig, erst einmal zu verstehen, wovon wir eigentlich reden. Im Neuen Testament gibt es für Wachstum drei Schlüsselworte. Das erste beinhaltet eine Zunahme an dem Segen, den Gott uns gegeben hat, und die Werke, die er in unserem Leben tut. Im ersten Thessalonicher Brief äußert Paulus den aufrichtigen Wunsch, dass die Christen in Thessaloniki eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen haben. In seinem zweiten Brief dankt er dafür, dass sie im Glauben wachsen. Das zweite Schlüsselwort bedeutet vermehren oder Überfluss. Lukas benutzt es mehrere Male in der Apostelgeschichte. Es beschreibt den neuen Zuwachs in der frühen Gemeinde und die Art und Weise, wie das Wort Gottes sich in der Region verbreitet hat. Das dritte Schlüsselwort ist das meistgebrauchte und beinhaltet den Prozess des Wachstums. Jesus gebraucht es, um die Lilien auf dem Feld zu beschreiben, so wie das Wachsen der Bäume. Lukas wendet es an, um zu beschreiben, wie Johannes der Täufer und Jesus heranwuchsen und stark im Geist wurden. Die Briefe im Neuen Testament jedoch benutzen dieses Wort, um einen Prozess des geistlichen Wachstums, der von Gott hervorgebracht wird, zu beschreiben. Paulus stellt Überlegungen an, auf welche Weise dies in der Gemeinde in Korinth geschah und sagt, Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. In Epheser 2, 21 wird die Gemeinde wie ein Gebäude dargestellt. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Und in Epheser 4, Vers 15 werden wir dazu aufgefordert, dass wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten sollen, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Hier wird dieses Wort für die persönliche Ebene benutzt mit dem Aufruf, im Glauben zu wachsen, in der Erkenntnis von Gott und in der Gnade und Erkenntnis von unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Lawrence O. Richards sagt, diese zwei Faktoren, natürliches und geistliches Wachstum, auf die sich dieser Begriff bezieht, würden uns einen tiefen Einblick in die Bedeutung von geistlichem Wachstum geben. Gott hat den Einzelnen und die Gemeinde entsprechend seiner genauen Vorgabe gestaltet. Auf dem Weg des Wachstums bewegen wir uns auf eine Vollkommenheit hin, wie er sie für uns geplant hat. Am Rand oder im Zentrum Manchmal habe ich Leute über geistliches Wachstum reden hören, als wäre es eines der unwichtigen Dinge im christlichen Leben. Aber das Neue Testament zeigt uns ein anderes Bild. Wachstum wird niemals empfohlen, sondern befohlen. Wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden, über die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen und über den Glauben an Gott. Hebräer 6, Vers 1 Und Ihr heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. 1. Petrus 2, Vers 2 Das ist auch für uns das Ziel, welches wir anstreben sollen. Paulus sagt, dass er über Christus predigt, indem wir Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Vollkommen heißt nicht sündlos, sondern vollständig oder reif. Epaphras, der Pastor der Gemeinde in Kolossea, betete leidenschaftlich für die Menschen unter seiner Fürsorge, dass sie sich als geistlich reife Menschen bewähren, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Paulus selber sprach von seiner Entschlossenheit, voranzukommen. Wir lesen in Philippe 3, in den Versen 12 bis 16. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Ein Mangel an Wachstum ist deshalb gefährlich, weil, wenn wir nicht vorwärts gehen, wir zurückfallen werden. Petrus warnt uns, gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt, sondern, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Die Entscheidung ist einfach. Wir können entweder vorwärts gehen oder zurück fallen. Ich bin in einer Stadt am Meer aufgewachsen und habe viel Zeit auf Booten verbracht. An einem Tag hatte ich mich so sehr vorausgabt, mein Boot zu rudern, dass ich mich entschied, eine Pause einzulegen. Ich holte meine Paddel ein und legte meine Füße hoch und schloss meine Augen. Nach ein paar Minuten öffnete ich sie wieder und stellte entsetzt fest, dass ich ziemlich weit abgetrieben war. Letztendlich musste ich zweimal so viel Kraft aufwenden, um mein Boot zurück an den Strand zu bringen. Genauso ist es mit Stillstand in unserem christlichen Leben. Wir können zu größerer Reife gelangen oder wir können zurückfallen. Aus diesem Grund ist geistliches Wachstum notwendig. Ein Mangel an Wachstum führt zu geistlicher Unreife, wodurch Chaos in den Gemeinden entsteht. Nehmen Sie zum Beispiel Korinth. Paulus beklagt sich darüber, dass er mit ihnen nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden kann, sondern wie mit solchen, die fleischlich und unmündige Kinder in Christus sind. Das hinderte sie daran, mehr als ein elementares Grundwissen über die Lehren zu erlangen. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Und durch ihr unreifes Verhalten entstand eine Spaltung in der Gemeinde. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Christliches Wachstum ist kein theoretisches Prinzip. Es ist ein wichtiger Teil in unserer Beziehung mit Gott. Wenn sie jemanden lieben, möchten sie, dass ihre Beziehung sich weiterentwickelt. Das ist der Grund, warum Paulus betet, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Zu diesem Vers macht Dick Lukas eine interessante Aussage. Er sagt, Genauso wie wir davon sprechen, uns mit Dingen zu beschäftigen, mit denen wir unseren Freunden gefallen, ist es nötig, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir Gott Freude machen können, indem wir seine Vorlieben und Abneigungen herausfinden, die er uns offenbart hat. Am Anfang einer Ehe kommen all die Dinge über den Partner zum Vorschein, über die das Ehepaar vorher keine Ahnung hatte. Und es dauert nicht lange, bis es erkennt, welche dieser Entdeckungen zu Spannungen führen wird. Durch das Erkennen dieser Probleme und der daraus folgenden Beschäftigung damit, wird ihre Beziehung wachsen. Wenn wir Gottes Wort lesen und es dann mit Gebet in unserem Leben anwenden, werden wir die Dinge verändern, die Gott nicht gefallen und dadurch in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Es ist also geistliches Wachstum notwendig, um ein christliches Leben zu führen. Fangen Sie an zu wachsen! 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 Fangen Sie an zu wachsen!